Ich probiere natürlich bei den Profis anzugreifen. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber wenn wir es mal realistisch sehen, glaube ich schon, dass das von der zweiten Mannschaft dann wieder hochgeht bei den Profis. Aber ich gebe alles. Wenn es Profis werden, dann sage ich natürlich nicht nein, aber wir werden sehen.